Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu Plotly nochmal. Heute mit dem vorerst letzten Video. Ja, wie kann das sein? Es gibt auch noch so viele Plotly Features, die wir noch nicht angeguckt haben. Das ist richtig, aber ich will erstmal gucken, was euch speziell noch fehlt. Das heißt hier schon mal ganz kurz der Disclaimer. Wir machen jetzt hier erstmal Pause. Ich habe mir ein paar Projekte vorgenommen, die ich vielleicht in ein paar Wochen oder so mal angehe und die dann natürlich auch auf Plotly zurückgreifen werden. Da werden wir auch immer wieder was Neues lernen. Eher so im Sinne von Projekten. Weil so langsam habe ich das Gefühl, die Datensätze hier sind ausgereizt. Und ich will erstmal gucken, wie das Ganze bei euch eigentlich ankommt. So, und wenn ihr natürlich spezielle Wünsche habt, wenn ihr findet, ey, ich kenne mich mit Plotly oder mit Plotten, mit Datenvisualisierung voll gut aus, ich will, dass unbedingt noch dieses Thema kommt, dann, ja, dann schreibt mir einfach. Dann mache ich das natürlich. Und in dem Sinne, genau, lasst uns anfangen mit dem vorerst letzten. Und ich weiß ja, dass manche von euch so ein kleines bisschen Dark-Theme-Fans sind. Und es gibt einige sogenannte Templates in Plotly. Und das machen wir jetzt mal ganz kurz. Wir gucken uns einfach mal jedes einzelne Template an. Und zwar jedes Template, das wären dann einmal folgende. Also einmal haben wir das Standard-Template Plotly. Wir haben das Template Plotly White. Wir haben aber auch das Template Plotly Dark, das so aussieht, beziehungsweise so heißt. Plotly Bodenstrich Dark. Ähm, wir haben noch ein paar andere, tatsächlich. Also ein paar, die gar nicht dazugehören. G-Plot, ähm, g-g-plot heißt das ganze Ding. G-g-plot 2. Wir haben einmal Seaborn als Plotting-Style. Wir haben Simple White. Wir haben, ups, und wir haben None. So, das sind all unsere Themes. Mehr gibt es eigentlich, zumindest momentan gerade nicht. Vielleicht ändert sich das. Deswegen schaut bitte in die Beschreibung rein. Da werde ich ergänzen. Falls irgendwas dazukommt. Und falls ihr was kennt, was ich nicht kenne, dann bitte immer schreiben. Es kann sein, dass ich auch Sachen nicht kenne, okay? Ähm, und was wir jetzt hier machen, ist, wir machen einfach mal ein Figure 8.update Layout. Und hier drin sagen wir dann einfach Template ist gleich, ja, ja, das heißt nur T, sorry. So, T. Und damit setzen wir quasi von diesem Ding hier das Template hier erstmal. Und natürlich sagen wir dann hier in der Vorschleife Figure.show. So, damit iterieren wir quasi jedes einzelne mögliche Template einmal durch und schauen uns die alle mal an. So, und da sind sie auch schon. Wir haben hier erstmal das Standard-Template, ja. Das ist das erste, was ich aufgemacht habe. Das ist Plotting. Okay. Das Standard-Template sieht so aus, dass wir hier diese Balken sehen. Wir sehen hier, wie diese ganzen Dinger hier aussehen und so weiter und so fort. Das haben wir übrigens letztes Mal alles gemacht, falls ihr das Video nicht gesehen habt. Eigentlich ganz normal eben. Nicht ungewohnt. Das nächste ist halt dieses White-Template hier. Das heißt, ja, wir haben eben den Hintergrund in weiß gewählt und nicht in diesem komischen, ähm, pläulichen Ton. Und das hier ist für die Dark-Theme-Fans unter euch. Und mir persönlich gefällt das Dark-Theme hier eigentlich am besten. Wir haben hier alles im Hintergrund ist dunkel, die Schrift ist hell. Dann haben wir das GG-Plot-2-Theme. Das ist das hier. Hier sehen wir diese kleinen Balken zwischen Reihen. Falls ihr die mal braucht, dann kann man die natürlich auch nehmen. Kann helfen beim Lesen. Äh, ist natürlich auch übrigens pro Theme dann oder pro Plot ein bisschen anders, aber das grundlegende Layout ist immer so. Hier sind diese Querbalken dabei. Hier ist alles dunkel. Hier haben wir weiß. Hier haben wir dieses Blau. Und, äh, hier haben wir eben, wie gesagt, die Querbalken. In Simple White, äh, beziehungsweise Seaborn war das hier gerade. Sorry, ich hab die beiden fast verwechselt. Ihr seht, die Farbe unterscheidet sich ein ganz kleines bisschen. Und hier haben wir diese Striche noch dabei. Ähm, das ist GG-Plot-2. Das ist Seaborn. Das hier ist Simple White. Da hat man wirklich einfach nur sehr, sehr basic alles. Äh, das mag ich gar nicht so sehr, wenn man es hier nicht gut sehen kann. Finde ich zumindest. Irgendwie brauche ich diese separaten Dinger ganz, ja, schon mal. Und das hier wäre Nun. Also, das wäre quasi, wenn wir kein Theme draufsetzen. Genau. Ähm, und damit könnt ihr jetzt eigentlich schon auswählen, welches euch am besten gefällt. Und so wie ich meine Community kenne, werden die meisten wahrscheinlich das hier bevorzugen. Das heißt, gönnt euch. Viel Spaß damit. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bitte schreibt mir, wie gesagt, was euch noch fehlt in dieser Serie. Falls ihr euch mit dem Thema auskennt. Vor allem, falls ihr euch nicht auskennt, macht trotzdem nichts. Wenn ihr ein Problem habt, wenn euch was fehlt, dann schreibt mir. Und ja, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.